Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde TTT Trouble in Terrorist Town. Mitarbeiter Darlucat, der Grenz, der Dardosch, der Jack Fleischhammer, der Xenex und der Wolfskin. Inno, mir fielen die Ohren, ich brenne. Ey, ich leg's schon wieder an hier. Aber wie bist du jetzt nach unten gekommen? Zeig mal. Ja, klar. Oh, Entschuldigung, nein, nein. Ich wollte auf die Waffe wechseln, weil ich mit der M4 mache ich kein Damage. Oh, ich kriege ihn fest. Äh, Xenex? Ach, hier? Ja. Ah. Wie? Achtung. Warst du im Traitor? Nein, ich war nicht mit dem Traitor. Hier waren die ganze Zeit Flammen. Hast du die nicht gesehen? Hab ich grad schon versucht. Das geht nicht. Okay, Darlucat ist kein Traitor. Ach, jetzt geht das doch als Traitor oder was? Ja. Wolfskin war ein Traitor auf diesem Fall. Wolfskin war Traitor. Ah. Oder du hast gar nicht geklappt. Oder... Richtig, du Arsche! Darlucat! Darlucat ist Traitor. Ich hab ihn gesehen. Ich hab ihn gesehen. Nein, weil ich das nicht wüsste, dass das nur als Traitor aufgeht. Jack, auf ihn schießt du. Auf Darlucat. Der ist ja hinter... War schon 1? Einer Darlucat. Einer Darlucat, du Schlingel. Nein, aber nicht hab ich keine. Ey, in dem Moment dachte ich so, ich vertraue niemals einem Darlucat. Das scheint auch öfter zu stimmen, als es nicht stimmt. Dass ich als Erster erschossen bin, hat bestimmt ja einen Grund, oder? Du hast es anmoderiert. Ja, das ist anmoderiert. Verdächtig, er fällt sich verdächtiger moderiert an. Nee, Zweiter hat es geschossen. Wolfskin hat ja erst mal Rambu gespielt. Nee, hab er jetzt gar nicht sehen. Hä, wieso kann ich mich nicht bewegen? Weißt du, ich will eine Shotgun. Jetzt. Dann wird es eine Zweiterwaffe. Na toll. Ich hab ein eigenes Abteil. Inno, Inno. Scanex ist bei mir, fällt sich verdächtig, hat die Tür zugemacht. Inno, Inno. 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 Jack Fleischhammer ist da. Da ist das Jensen. Wolfskin. Inno. 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 Jack, komm mal her. Gleich scannen. Lass mich von dem Typen da auseinander bringen. Oh oh. Wie muss ich denn machen jetzt? Achse. Oh. Ihr werdet posten. Ich versuch das nicht. Ich weiß nicht. Ich hab... Jack. Jack mach was. Siehst du Dadosch? Ich bin wieder draus. Ich weiß nicht. Ach man. Man kann tatsächlich raus aus diesem Raum. Okay. Du musst erst auf diesen Lüftungsschatz rechts drauf gehen. Wer schießt denn da drin? Hicke, da ist dieses Ding an noch. Sind die anderen alle tot Jack oder was? Okay. Moment. Wer lebt jetzt noch? Hast du dich jetzt identifiziert Jack? Wer lebt noch? Wie? Und Jack? Jack ist hier. Wer ist Detective? Ich leb auch noch. Kannst du mich rauslassen Dadosch? Ja. Ja. Und dann Abstand. 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 Geh da raus aus dem anderen Raum. Geh da raus Dadosch. Geh da raus. Wohin denn? Geh raus aus der Kamera. Ja dann geh rein. Ich will nicht meinen Rücken zu dir durch. Ja aber dann lass mich jetzt mehr raus. Da schießt man auf den Traitor, weil man sieht, dass ich der schießt. Was passiert dann? Ja, man wird selber erschossen. Finde ich schon interessant. Aber... Mal gucken. Wieso gehen die zu mir auf? Weil der Schalter klingt. Ja. Dann muss ich da jetzt auch wieder raus. Dann geh du zuerst. Ich bin draußen. Guck mal. Guck mal hier. Es läuft ein Kopf lang. Es sind Grenz und Jack. Ja ja. Das sind die beiden. Jack ist Detektiv. Jack ist Detektiv. Dann ist es Grenz. Grenz ist es noch. Aber ich komm hier nicht mehr raus. Der andere ist bestimmt schon tot. Jack habt ihr einen Traitor gefunden? Schieß ihn doch ab Jack. Er ist Traitor. Ja Jack, schieß ihn ab. Ich war die ganze Zeit mit Jack zusammen. Wir können aber weiter Diegel schießen. Ja das bin ich. Oder Dalu. Oder Dalu ist der letzte. Dann hätten sie schon lange abgeschossen. Wenn ich Grenz sehe, schieß ich. Ja dann schieß ich halt wenn ich Dalu sehe. Ja weil du der Traitor bist du Gouda. Das ist Jack. Wenn wir ihn abschießen. Wahrscheinlich Grenz und Dalu. Ja und deswegen wollen wir uns gegenseitig abschießen. Ja nur um. Keine Ahnung. Jack Personal Space. Ich vertraue ihm nicht. Einer ist hochgefahren. Im Lift hochgefahren. Scheiße er ist oben abgehauen. Hier ist eine Bombe. Ich glaube im Lift ist eine Bombe. Komm mit. Nein die ist hier. In dem Abteil die ist hier. Diffuse sie. Im Lift ist keine Bombe. Diffuse sie. Ich hätte dich schon lange abschießen können Jack. Das weißt du. Ich stehe genau hinter dir. Ich hätte Jack auch schon mehrmals abschießen können. Ja aber du bist es. Hast du die Bombe oder nicht? Ich hau ab. Okay. Da oben ist einer. Dalu ist jetzt der Traitor. Ja Jack. Grenz ist es. Ja nein der Lift ist platz zu. Wer ruft in den Fahrstuhl in der Zeit. Herrlich. Ach er wurde gerettet der Traitor. Aber bist du es wirklich Dalu oder nicht? Ich bin es nicht. Weil ich ja Jack jetzt gerade gratis killen können. Ja weißt du wie oft ich Jack gerade gratis killen können. Hi Jack. Das hätte schon ein Hobby von mir werden können. Es sind Dalu und Grenz. Ja. Wir müssen sie finden Jack. Wir sind die einzigen denen man vertrauen kann. Hast du die anderen schon mal gesehen? Die anderen Leichen. Irgendwie ich vertraue die immer noch nicht alter. Ey ich hätte dich lange gekriegt. Weiß ich doch weiß ich doch. Dalu und Grenz wahrscheinlich. Komm hier nicht durch. Ich knall jeden ab den ich sehe außer Jack. Ich knall alle ab. Auch Jack. Ah ok. Dann knall. Oh oh Grenz. Das war ein schöner Hits. Das Flugzeug ist eine Todeszone für mich. Ohne dass ich sterbe bin. Yes. Jack wieso schießt du auf mich? Ja richtig. Ja richtig nice. Und wieso schießt ihr mich immer zuerst? Wer war denn eigentlich? Wer war denn eigentlich? Jack? Ne das war ich. Ich war dein Kompanierer nur. Ich habe zu früh geschossen. Weil ich dachte die beiden wären alleine Jack und er in dem Raum. Und dann habe ich erschossen und dann waren die hinter mir. Das war mein Problem. Dich habe ich erschossen deswegen. Und dann hat Jack auf mich geschossen. Weil er dachte ich würde euch nicht umbringen wollen. Aber ich habe... Oh toll. Machst du eine Runde. Vorsichtig werfen die Granate damit ihr alle wegrennt. Ok jetzt bin ich definitiv inno. Soviel Traitor wie ich schon war. Sogar die Bombe habe ich gefunden. Jack vertraut mir immer noch nicht. Die hättest du ja auch legen können. Ja und dann lasse ich ihm die entschärfen. Wenn ich dahinter stehe. Tenex ist bei mir felsverdächtig. Ja Jack angeguckt. Ja ja. Ich bin die Jack. Grenz ist schon. Ey wer ist hier alles? Ok ich bleib bei Grenz. Ich bleib bei Grenz. Jack ist es. Jack ist es. Er war im Kaufmenü. Ich habe es gesehen. Jack ist es. Ich beschütze Grenz. Ja kein Grenz. Was hast du gemacht? Ja ich habe ihn erschossen. Er war Traitor. Weil er war im Kaufmenü. Bist du sicher? Ja. Was? Grenz ist für dich. Nimm die. Danke. Ja. Ja. Ich weiß nicht. Siehste Dallus in den Cent. Dann kann ich mich hier. Alles voll genehmigt hier. Den Trick kenn ich schon. Leute. Wolfskin geht da weg. Das ist mein Kuscheltier. Dadurch muss ich da hin. Wer kommt da? Wer kommt da? Ich wollte bloß. Ich glaube dadurch ist es. Er versucht mein Kuscheltier zu flauen. Hä? Ich hab ihn erschossen. Ich war das. Was macht der denn hier? Er ist Inno. Er ist Inno. Pass auf dann ist es doch hier. Wie heißt der Wolfskin? Nein ich bin nicht. Ey Grenz stopp. Okay. Gut. Merk Sennig. Du Idiot! Sehr geil. Das war sehr gut. Ich hab einen Freighter gekriegt. Wie kannst du da, du Kart-Fan rein? Und Sennig sagt zu mir. Bist du dir sicher? Und schießt mir direkt in den Kopf. Ich bin nicht genug gerecht. Ah geil Grenz. Zweite Mal. Danke. Du kannst es mir nicht mehr trauen. Das macht ja noch gern. Ich hoffe ja immer noch, dass du mich morgen wirklich abholst. Das macht ja noch gern. Traitor, einfach. Ah richtig schön Grenz. Danke. Okay. Ich glaub ich werd jetzt Traitor. Ich hab nämlich nur ne Sniper. Oh Mann hier hinten Brennschmiede. Wo ist da Lucat? Wo ist da Lucat? Wo ist da Lucat? In ein Gefrierkammer. Gefrierkammer. Dann miss das. Sennig ist bei mir. Sennig ist bei mir. Er fällt verdächtig. Oh komm. Ich bin Detektiv. Dann scan mich. Lass mir kurz den Scan ausprobieren. Auch wenn du's bist. Ich guck extra weg von dir. Ich guck extra weg von dir. Ich guck extra weg von dir. Hier ist Jack. Ich bin bei Jack. Ich bin bei Jack. Jetzt hab ich ein Sample. Und jetzt rechts. Was ist das hier? Dalu ist Traitor schon wieder. Ja so'n Quatsch. Das ist auch fast niemand reinkommen. Ja da kommst du doch auch so hin. Komm mit. Nein. Den kann nur der Traitor. Du kannst doch auch so von der anderen Seite rein. Komm mit. Ich lass auch meine Waffen hier liegen. Dalu ist Traitor. Dalu. Ich bin nicht Traitor. Bin nicht Traitor. Wie das mit dem Scangriff funktioniert weiß ich nicht. Ich drück hier auf Scan. Nein das geht auch nicht. Ja. Okay die sind hier alle. Wie kann ich Leute untersuchen? Mit E. Wolfskin found a buddy. He was innocent. Wolfskin ist Traitor. Wolfskin ist Traitor. Der jetzt hier so tut als wenn er eine Leiche gefunden hat. Und noch den Detektiv vor allem. Alles klar. Ja Wolfskin hat da ganz viele Leute gefunden. Ja ja. Wolfskin ist Traitor. Bestimmt. Mit Sicherheit. Ich hab den Traitor. Deswegen hab ich eigentlich auch auf den gezielt. Aber zu spät reagiert verdammt. Alles klar. Alter nix. Am Arsch. Du kannst mich mal. Scheiße. Dalu ist es. Das ist doch wohl der mieseste Tricks aller Zeiten. Alle sind definitiv. Also die machst du wahrscheinlich ganz schön oft, wa? Dalu? Dalu lebt noch. Er steht noch bei Terrorists. Oh oh. Wo ist denn der? Wo ist denn der? Weiß ich nicht. Ich versteck mich. Dalu ist es dann auf jeden Fall. Der schweigt jetzt die ganze Zeit aber der ist auch am Leben. Obwohl er noch lebt. Ja. Die Frage ist nur wo ist er? Da ist Wolfskin. Ja. Wir müssen uns jetzt zusammen... Nein da unten ist er da unten. Bist du das da unten oder wer bist du? Wer ist das? Jack haben wir es da auch noch am Leben. Jack der ist unten. Eine Etage tiefer als wir. Okay. Jack ist es. Was? Bitte? Wer von wo schießt du? Ah. So großartig. Ich sehe deinen Kopf links. Ja jetzt höchst ich auch, dass Dalu hier lang im Klo kommt. Da ist ein Kopf im Boden. Naja eine Minute 38. Fängt bestimmt noch einen Weg nach draußen. Ah! Jetzt gehst du wieder auf die andere Richtung. Du schießt voll falsch. Ich stehe ganz woanders. Du siehst meinen Kopf immer noch ne? Hat er mal die Tür zu ihr? Das ist der Kopf. Das ist der Kopf. Das ist der Kopf. Ich will ne Schatten. Ja. Kann man... Achso wenn man einer ne Waffe aufnimmt kann man die anderen nicht nehmen. Die kannst du wegwerfen dann. Achso. Leute ich werfe ne Grammatel damit alle hier rausgehen. Ja ja alles klar ich bin schon weg. Es sind viele Leute hier auf einmal. Und alle sind schon tot scheinbar. Und da vor allem brennt es da schon. Willst du was zu trinken Grants hier? Ich hab ne Cola Dose. Genauso. Genauso. Guck mal. Guck mal. Wer war es mit ner Leiche? Wer war das? Ich war in ner Leiche. Wer ist bitte Detective? Ich. Ich. Ja untersuch sie. Jack wo bist du? Ja guck mal. Untersuch sie. Jemand hat auf mich geschossen. Weiße. Untersuch die Leiche. Hab ich. Das ist ein Traitor. Jack wo bist du? Minja ist tot. Der war ein Traitor. Oh. Phoenix ist hoch. Ja. Ah. Scheiße. Fallen erst mal schießen statt zu untersuchen. Du ehrlich. Ich hätte die sterben müssen. War das denn für ne Runde? Ich wusste es. Was war das denn hier? War es der Traitor? Oh Mann ey. Ich war ein Traitor aber. Ich kann das Spiel nicht. So schrecklich. So schrecklich. Die Leute werden verrückt. Und dann machen die sowas. Ok. Probier es wie Mord im Origins Express. Wir alle zu Schottgang rennen. Ich bin zu geil. Ich hab ne Granate geworfen. Lauft. Du mit deinen Granaten dauernd. Er lügt. Er ist Traitor. Genau Dalu. Das glaubt ja auch jeder hier. Wolfchen verfolgt Dalu. Ja. Jens seid schon. Brennt hier. Brennt hier. Und. Ihr mit euren Granaten immer. Inno. Inno. Ah. Er ist Insekten. Er ist in Xenex. Er ist in Xenex. Ja. Ich hab Angst. Beide zählen auf mich. Hier ist Feuer meinst. Ich bewege mich hier. Ich geh jetzt mal lieber hier auch. Ich bin bei Jack hier. Wer ist Detektiv? Wer ist Detektiv? Wolfskin. Ich glaub Wolfskin ist Detektiv. Ich bin hier bei Dalu. Hier ist Grans. Hier ist Grans. Grans. Grans und Dalu. Beide mit ner Shotgun. Beide mit ner Shotgun. Das ist gefährlich. Dalu und Grans sind beide. Lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Lalu, du weißt schon, dass da das Ding ins Neu ist, ne? Grans. Bei mir fällt's verdächtig. Wenn ich sterbe, ist es Brenn. Nein! Jack. Jack. Ich war's nicht. Lalu macht wieder Sonne. Jack. Minias. 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 Minias ist der Traitor. Ich hab ihn erschossen. Echt? Okay. Du. So'n Sack. Warte mal. Wie viele Leute sind wir noch? Dalu lebst du noch? Dalu. Dalu ist es. Dalu ist der zweite Traitor. Oh ja, Dalu hab ich grad gesehen. Dalu ist der zweite Traitor. Ich hab doch grad gesehen. Hier ist Dardosh. Warte mal. Detektiv. Wer hat den Detektiv umgebracht? Ich hab doch grad noch jemanden gesehen. Wolfskin ist tot. Ja! Selts hat die Detektatur geöffnet. Nein Jack! Ich war's nicht. Bist du? Dalu. Yeah. Daniel ist hier allein. Ich treff auch genau den einen. Eigentlich... Was ist immer Grants? Wer hat mich denn bitte erschossen in der Tür? Grants hat erschossen. Ich hab mich erschossen. Ey Jack hat mich dann im Raum eingesperrt. Ja, aber wer hat mich denn erschossen? Ich hab dich erschossen Minias. Ihr habt mich dir echt ganz recht geschossen. Aber warum? Ich hab ja gar nichts gemacht. Ich hab ja nicht einmal geschossen in der Zeit. Das war so gut geschossen. Nein, das war Grenz. Jo, das war ich. Aber ich war auch Traitor. Ich wollt ja... Ich wollt ja mit drauf halten. Nee, nee, ich war's nicht. Ich war's nicht. Nein, nein, ich war Traitor. Ich war Traitor. Ich hab dich nur aus Versehen gekehlt. Ich bin runtergelaufen und hab durch die Scheibe geschossen und dann auf den Headshot. Super. Mal wieder dieselbe Sache. Wolfskin ist bei mir. Wolfskin ist bei... Inno. Inno. Wolfskin ist hier bei mir. Ich sterbe es. Wolfskin, 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 Wolfskin. Wolfskin, 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 Wolfskin. Wolfskin, 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 Willst du mich scannen? Du kannst mich nicht scannen, gell? Wie kommt man wieder hoch? Ich will wieder hoch. Da vorne, links. Ich drehe mich weg. Hallo? Wer ist hier noch? Achso. Ich will zu dem Detective. Ja, der ist unten. Du willst mich verarschen? Du lockst mich in so eine Ecke oder so? Dalu ist bei mir. Dalu ist bei mir. Dalu ist bei mir. Ah, hier ist ein Detective. Oh, das sind aber zwei. Wenn die jetzt beide Traitor sind, haben wir ein Problem, mein Freund. Nein, Stanex hat auch schon Leichen durchsucht. Aber ich traue Wolfsky nicht. Das ist auch kein Wunder. Ich will weggehen. Du erschießt mich gleich aus Rache. Einfach so. Das ist eigentlich die Idee, warte mal. Wo bist du? Der ist hier durch die Abdeckung. Kann man da durch als... Ich bin einfach die Treppe hochgegangen. Hier läuft eine gute Musik. Dadosch, hier läuft gute Musik. Wir bleiben hier als sicherer. Die Deagle hat geschossen und... Ich weiß nicht, wer die Deagle hatte. Stanex ist da. Stanex ist leicht angeschossen. Ich erschieße jetzt Stanex. Lass mich doch mal. Lass mich doch mal. Sehr gut. Habt ihr ihn? Habt ihr ihn? Hast du ein Heel-Kit? Er ist Traitor. Warte mal. Der war Traitor. Hast du ein Heel-Kit? Ja, aber hier oben brennt es. Ich bin im Feuer die ganze Zeit. Dalu ist, glaube ich, noch der Einzige, der lebt mit Minyas. Und ich vertraue gerade Minyas mehr als Dalu-Karte. Ich habe doch gerade mit Xenex gebettelt oben. Du kannst mir ihn rück... Also jetzt... Dann schießt euch in den Rücken. Du bist ja Detektiv. Du wirst mich nicht erschießen. Oh, Dalu ist da. Dalu schießt mit der Pistole. Ich lad nach. Ja. Leute, was soll das denn? Ist schon gut, Dalu. Gar kein Problem. Bleib einfach da. Entspann dich. Wollt ihr da warten, oder was? Bleib ganz ruhig. Okay. Was macht ihr so? Okay. Habt ihr noch so 45 Sekunden? 2 Minuten 35. Da liegt eine Bombe. Lass euch Zeit da unten. Lass euch Zeit. Haltet euch schön an den Händen und so. Geht ihr über den Lüftungsschacht? Ja klar. Hier geht die Tür auf. Der ist hinter uns. Der ist hinter uns. Mach auf. Schieß. Schieß. Ah, fuck. Der ist hinter uns. Der ist hinter uns. Ja, ja. Halt durch die andere Richtung sauber. Ich gucke hier hinten. Nein. Die Bombe geht gleich hoch. Ne, ich höre keine Bombe. Doch. Da ist er. Oh, ich bin fast eingeklemmt. Der Bombe ist genau über uns. Mir egal. Lauf raus. Lauf raus. Okay. Okay, nice. Okay, ist. Okay. Jetzt. Der ist hier über uns. Der ist über uns. Ich sehe nicht. Er muss runterkommen. 1,47 haben wir noch. Er muss runterkommen. Wenn die Zeit abläuft. Da ist er. Oh, fuck. Er hat es auf jeden Fall. Warte mal, bleib mal stehen. Lade nach. Ja, lad mal nach. Ich habe 89. Ist okay. Brauchst mich nicht heilen. Ich habe das Equipment. Da ist er. Ich sehe ihn nicht. Er war hier gerade an der Ecke. Na, 1,22. Hast du noch Geld für eine zweite? Wahrscheinlich schon. Oh, da ist er ja. Ja, komm, mach die Tür auf. Ah, schade. Heil dich immer. Oh, er schießt. Alter, du hast nichts mehr. Ja, ich habe noch nichts mehr. Ah, sehr gut. Hey, in Zukunft da, du kannst Stübse einfach mehr kreisen. So ein Mittenschwein, ey. Erster, du musst nicht. So ein Mittenschwein. So ein Mittenschwein. Ich weiß nicht, dass das sogar noch sein könnte. Ja, ich habe nichts damit zu Xalex angelegt. Xalex ist da hinten noch irgendwie drin? Ja, ja, ich komme raus. Felix ist es schon wieder. Ja, ja, klar. Jetzt ist das Traitor-Menü. Ich muss mit Wulst. Dados bei mir. Ich bin Detective, Detective, Leute. Ich bin Detective. Grenze ist es. Grenze ist es immer. Okay, was machen wir jetzt? Ja, alle herkommen. Waffenkontrolle. Hose runter. Moment, Moment. Ich bin hier alleine mit zwei. Das gefällt mir nicht. Wir will wenigstens drei Leute hier haben. Da ist der dritte. Dados renne ich mal hinterher. Ey. Hier wird geschossen. Hier wird geschossen. Wulfskele hat geschossen. Ich habe auch Wulfskele geschossen. Moment, ich werde den Tatort analysieren. Warte, Leute. Da, er hat eine Granate. Ah, Granate. Ich habe Jack bei mir. Jack ist bei mir. Jack ist bei mir. Ich halte den Blick. Ich habe Tinnitus. Ich habe einen erschossen. Ich bin voll im Bilde. Ich habe alles in der Kontrolle. Mordenfall analysieren. Ja, das war ich. Perfekt. Lebt noch einer, dem ich vertrauen kann? Ja, hier. Wie, hier so nirgends. Ich bin bei Jack. Ich bin bei Jack. Jack. Einer von euch ist es, ne? Jack, alte Kumpels. Alte Kumpels. Ich drehe mich jetzt weg. Die Person, die weiß, dass er Inno ist, kann den anderen abschießen. Jack, du Arsch! Du schweiler Schweine. Warum hast du nicht geschossen, Minyas? Wir waren doch die Letzten. Oh, willst du hin-traiteren? Ich? Ich bin in der Granate festgestellt. Wer war der Unschuldige, den ich erschossen habe? Ich war das. Wer waren die andere Traitor? Ich? Ich. Achso. Wolfskin wieder. Ja, schon wieder Ranshot. Außer im Kreis in my Trailer. Aber ich durfte dich abschießen, wieder. Ja, das ist furchtbar. Ich krieg's nicht hin, dich irgendwie mal zu erwischen. So, diesmal weiß ich ja, wo ich nachgucken muss. Wir wissen so jetzt. Der ist schon wieder weg, oder? Natürlich. Ja klar. Ich wollte doch nicht mit euch da stehen. Das war gar nicht. Rans ist es. Ich bin's wirklich, Leute. Noch zwei Röntgen, manchmal bis elf. Minyas ist so ruhig. Oh, oh, oh. Also ich fühle Minyas jetzt nicht. Hello, 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 hello. Wolfskin ist die Detektive. Wolfskin ist diesmal der Detektive. Wieso läufst du hinter mir hin, wer? Wieso läufst du hinter mir? Ich wüsste hier Grants an. Ey, wer schießt hier? Hat er geschossen? Wolfskin, schießt hier rum. Wolfskin, was los mit dir? Ey, der Detektive ballert hier alle ab. Ey, Leute, hier sind ganz viele Leichen. Ich bin's wirklich nicht. Ich hab ihn nur gewehrt. Jackie, Jackie. Ja? Du bist es nicht nochmal, oder? Komm, du vertraust mir jetzt, ja? Verschieß mich einfach der Detektive ab. Komm, wir sind alleine. Ich weiß es nicht. T-N-E-C-O-N-E-N-I. Alles ist klar, du bist es nicht. Gut, weiter. Ey, der hat sich's doch aufgeschrieben am nächsten Mal. Ey, lass dich siehst mal nicht verarschen. Dalu ist es. Dalu ist es. Als würde Detektive auf jemanden schießen. Genau. Das Fiepsige, das verrät ihn. Leute, Leute! Das Geil ist, der Detektive hat wirklich einfach auf jemanden geschossen. Der Detektive hat mich erschossen. Sag mal, da hat einfach Xenex umgebracht. Ja, ich dachte ihm, scann mich ruhig. Ich guck in der Zeit, ich beschütz dich in der Zeit. Und dann schießt er mich um. Was soll denn das? Ich wollte dich gerade wiederbeleben, Gratz. Ich dachte erst du hast mich getötet. Nein! Ich hab Xenex wieder hier. Ich wollte mal nicht zu null aus dem Wasser rauskommen. Daniel, ich hab wieder Daniel erschossen. Typisch. Aber wieso schießt du den, 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 den... Ich war Traitor. Achso, du warst Traitor. Ja, du bist immer Traitor. Das ist halt so. Ja, wir waren beide Traitor, war klar. Inno, Inno. Dann ballert der Detektive und versaut uns die Runde. Ja, ey, so ein Assi. Ich bin schon wieder Traitor. Das ist schön. Bin bei Xenex. Inno, Inno. Xenex ist bei mir, ich bin Inno, ich hab einen Shotgun. Okay, okay, okay. Ganz ruhig. Ich geh vor. Der Detektiv. Oh, was ist denn hier? Der Detektiv. Ich bin Detektiv. Wolfsging. Wolfsging ist bei mir. Jack ist bei mir. Hey, da, da, da. Ganz ruhig hier. Ich vertraue den beiden nicht. Könnt ihr beide mal bitte gehen? Ich bin bei dem, ich bin bei dem Detektiv. Das ist nicht gut, ich bin mit Wolfsging alleine. Das ist nicht gut, ich bin Wolfsging alleine. Wolfsging? Ja. Ich bin bei dem Detektiv. Hier, das. Ich bin bei dem Detektiv. Ich verteidige den Detektiv. Ich weiß nicht, ob du mich verteidigst oder gleich hinterher schießt. Da kommt noch einer, pass auf, da kommt einer. Granz, Granz kommt da. Achso. Ich habe ihn mit einem Schuss. Ey, 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 ey. Dadosh, wieso machst du das? Warum schießst du einfach um mich? Ich habe mir noch nicht mal was gemacht. Hinter dir war doch einer. Da war wirklich einer. Hier war der Traitor. Ja, Granz aber auch. Ach, Granz auch? Ich habe gar nichts gemacht. Ich komme einfach um die Ecke und dann füße ich mich. Ja, das war Granz hat mich eigentlich gekillt, weil ich habe Granz vertraut und er hat gesagt, du bist es. Er hat mir nichts mehr gemacht. Ich habe nur gesagt, da kommt einer. Ja, aber er meinte, hinter dir war noch der andere Traitor gewesen. Aber wieso haben sich dann die anderen beiden gegenseitig anglossen? Keine Ahnung, es war da wieder los. Keine Ahnung. Irgendwie haben alle Leute gefahren. Sieh sich so fahmsten hier am Schiff. Geh mal weg da. Ja, ja, geht schon. Jack auch. Hier, Blumentopf dazwischen. Boah, Mann. Ich bin schon rumballen, es war nicht mal angefeuert. Wir sind hier jetzt schon. Blumentopf. Okay, ich bin der Hater. Ich bin der Hater. Dadosch ist bei mir. Ich bin ein Dadosch. Aber wen hast du da eingesperrt? Wie kann ich es nicht machen? Minjas, 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 Minjas. Da hat jemand will mal erschossen. Wie kann ich einen Scan machen? Dings schießt auf mich. Grenz schießt auf mich. Ey, ey, ey. Grenz schießt auf mich. Nein, guck doch, Minjas hat noch Full Health. Er lügt voll. Ja, du hast doch nicht getroffen. Das hat aber nichts. Und Wolfskin ist bei mir. Ich hab Able an. Ich hab gar nicht auf mich geschossen. Ich bin in der Gefrierkammer eingesperrt. Du Lüger. Da vertraut man immer jemanden, wenn ich den Scan und dann wird man erschossen. Auch nicht schlecht war. Du wolltest ja nur wissen, wo du bist. Ja, Dadosch ist es 100 pro, ey. Hä, what the fuck? Ich bin innocent. Du hast gerade voll auf mich geschossen. Ich hab nicht auf dich geschossen. Wie kommt man denn zu dieser blöden Eiskammer? Wolfskin ist bei mir. Wolfskin ist bei mir. Wenn ich sterbe, ist Wolfskin. Weil du Traitor ist ja rum. Wolfskin. Hä? Wolfskin ist bei mir. Du bist ja Traitor und suchst mich jetzt, weil ich hier eingesperrt bin. Ne, ja, ich will wissen, wo ich dich finden kann. Ja, genau, damit du mich ab... Jack ist Traitor. Jack ist Traitor. Watt? Du kommst ja noch so nicht hin. Weil das eine Tür ist, die du der Traitor öffnen kann. Ich hab's genau gesehen, ey. Dardosch ist bei mir, Dardosch ist bei mir, Minyas. Sei vorsichtig mit Dardosch. Jack ist es, wenn ihr Jacks nicht gescheitert habt, er hat nicht mehr viel HP. Warte mal, kann man die... Dardosch schießt schon wieder auf mich. Kann man... Er ist da drin, Minyas. Minyas, er ist da drin, Minyas, er ist da drin. Ah, ich muss hier raus. Er ist da drin, Minyas. Ja, ich weiß ja. Hey, hey, hey. Er hat geschossen. Ja, natürlich, ich hab den auch den Traitor erschossen. Geh unten rein und guck, dass da der Traitor drin ist und ich werf die Waffe weg. Und der liegt rechts von dir. Wenn du da reingehst, rechts. Da ist niemand. Ich frau dir nicht. Geh du rein. Hier ist meine Waffe. Okay, ich geh rein. Ich geh rein, aber guck weg, guck weg. Ja, ich guck... Sorry. Ich muss so rum? Ja, ja, ist okay. Geh rein. Seid ihr. Dalo sagt nichts mehr. Dalo ist hier... Ich sehe ihn nicht mehr. Dalo, wer tippt denn hier so schnell? Dalo sagt nichts mehr. Wo ist der hin? Der ist ja eben noch in den Rhein. Wer lebt von euch noch? Der Dalo, der ist ja, der ist abgehauen und ich bin's halt. Oh, ich werd beschossen, ich werd beschossen. Wer hat auf mich geschossen? Wo bist denn du? Ich bin bei dem Start... Nee, das ist nicht der Startraum. Keine Ahnung, ich weiß nicht, wo ich bin. Hier ist... Dings, Wolfsgen ist bei mir. Dings, Wolfsgen ist bei mir. Nein. Aber nicht schlecht. Und Minjas, noch jemand schießt auf mich, obwohl sie zu zweit sind. Ja, Minjas, du, Drecksunde. Ich kann ja auch mal lernen. Ich hab mal eine Runde gewonnen. Unglaublich, oder? Nach einer Zeit. Vorletzte Runde. Vorletzte Runde. Ich kann ja auch mal dazulernen, wenigstens ein bisschen. Oh, da hat er mich verarscht. Er sagt, ich hätte nicht mehr sehen, beide Seiten. Ah ja, klar, ein Arsch, ein Kopf, kennt er von meinem Kanal. Dado hat eine Granate geworfen. Ja, Smoke, Smoke, Smoke. Grenzläuft vor mir. Ich werd von zwei Leuten nicht erschießen. Ich werd auch von der Gimann, ich werd voll. Ich bin die Füße. Grenz ist vor mir. Grenz ist Detektiv. Grenzdetektiv. Ich bin Inno. Ihr habt geschossen. Ihr wird geballert die ganze Zeit mit einer Para. Grenz. Grenz, halt mal an. Hält nicht an. Jack, Achtung, ich bin hinter dir. Da, wo ist es? Nicht wundern. Hast du ihn? Ja, du lebst noch. Du lebst noch. Wenn ich jetzt sterbe, ist es Minyas. Ja. Willst du mich scannen? Hier ist Jack. Ich weiß nicht, wie das geht. Der ist auch Senex. Senex ist auch noch da. Senex ist es. Meinetwegen kannst du mich scannen. Er tippt ihn hier so laut, verdammt. Meinetwegen kannst du mich scannen? Ich achte auf die anderen. Ich weiß nicht, wie das geht. Ich nehme mir die Wand im Rücken. Sicher ist es. Senex ist bei mir. Senex ist bei mir. Senex ist bei mir. Senex. Ich bin noch nicht durch. Ich muss nicht still sein. Ich habe gerade eine Granate. Da. Okay. Jack, bleib. Schau mal, es ist der. Schießt auf den Detective. Leute, kommt hier hoch und schießt ihn ab. Ja, ist er denn. Los, Minyas. Nein, kein Problem. Wo war mein Make-up, Jack? Viel Leute haben wir auf der Fall. Nein, das ist fertig. Ich glaube, die Spiel festgestellt werden wir enorm, Freunde. Richtig gut gemacht von uns. Vier Leute rennen mir nach. Ich brauch' ne Hilfe. Du bist der Granate eigentlich nicht eh hingekriegt, wa? Warum schießt du auch auf den Detective? Ja, die kickt nur weg. Aber direkt erst mal wieder Wulfs geht. Ich glaube, der spielt nicht mehr mit mir. Mein Maisgekälter Gegner. So, wo ist der? Ist der schon wieder los? Ich bin schon wieder abgehauen. Weg da. Ich bin Detective. Ihr müsst Dando-Card einfach immer verfolgen, ey. Der ist immer in den Fängen. Oh, Mann. Ich wurde in die Wand gebackt. Aus durch die Granate. Du bist Detective, dann bist du wieder da. Aber dann gienstest du zu sterben. Inno. Inno. Ich bin Detective. Dalo hat so früh Inno gesagt. Dalo, 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 Dalo. Dalo, 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 Dalo Dalu ist es. Ich bin es nicht. Ey, pass auf, pass auf, dann gib mir meine letzten Worte. Meine letzten Worte. Wenn ich sterbe und ich bin Inno, dann schießt ihr Minyas ab. Es ist Jack und Dalu. Es ist Jack und Dalu. Jack ist es definitiv. Jack ist es. Jack, ich bin es nicht. Ich kann es nicht abschießen, dann kriege ich Minas Punkte. Ich bin der Wolf. Oje, Uzi schießt, Uzi habt geschossen. Ihr habt gesehen, ihr habt auch nicht geschossen. Minyas ist es doch. Du erprüf die Leiche, ich werf die Waffen weg. Ah, du Assi, du hast auch nicht geschossen. Ich hab auch Minyas geschossen, hier ist sein Körper. Er war Inno. Ja. Aber ich bin es nicht. Ich durfte gehen, du Assi. Ja. Das ist auch nicht. Da hat doch schon Grenz wieder her. Hier in Säcke. Und hier liegt auch noch ne Bombe. Ja, cool. Oh, ey. Scheiße. Ja, Grenz hinter mir war Feuer und da bin ich rein geraten aus Versehen. Ach so, ich hab mich gewunden, ja. Okay, final round hier am Airbus, ey. Oh, war das kacke, ey. Wieso habt ihr mich verdicht? Hier waren es beide nicht. Das war auch ne einfache Runde, ich hab nur ne Bombe gelegt und bin dann abgehauen. Ich hab den Detective gekriegt, meinst du? Hast du gar nicht, ich bin durchs Feuer gestorben. Ich hab auch in meiner Feuergartenhalle. Ich bin hier. Oh Mann. Naja. Bei dir steht schon Trigger Happy. Oh oh, ich bin am Mülleimer. Oh oh, Dalu gerade hat hier gefurzt. Ne, ne, das war Dadosch. Inno. Ach so, es sind noch nicht so weit. Jetzt Inno. Jetzt Inno. Gut, direkt gerne mal Dalu, äh. Ah, wie kannst du sehen, Dalu ist definitiv hundertprozentig gesettet. Du hast jemanden getötet, ich hab's gesehen. So ein Quatsch. Totaler Schwachsinn. Direkt Kopfschuss war's. Direkt. Totaler Schwachsinn hier. Oh, ich. Ich werde erledigt vom Detective. Der Detective schießt auf Dalu Kart. Ja, und zwar aus welchem Grund? Da ist er. Grin, töte ihn, töte ihn. Hab ihn, hab ihn, hab ihn. Dalu ist es. Ja, er war's. Siehste. Du kannst mir jetzt vertrauen, Jack. Jack, du kannst mir jetzt vertrauen. Ich hab ihn gekillt. Hinter dir, Vorsicht. Hier ist Dadosch. Jack, heil dich, heil dich. Äh. Xanax zielt auf mich. Ich hab nur geguckt. Xanax zielt auf mich. Meinetwegen kann ich weggehen. Jack. Ja, ja. Mach hin, hier kommen Leute. Okay, grindst dir vertraue ich. Okay. Beschütz mich, Jack. Was seid ihr denn? Ach, da. Da ist er, Vorsicht. Ey, 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 ganz ruhig. Ich hätte schon nix gewesen können. Sag ihm, er soll weiter weggehen. Er hat ne Shotgun. Geh weiter weg. Du hast ne Shotgun. Oh. Wusste ich. What the fuck. Wo war das? Wer ist, wer ist, wer ist? Jack, du musst auch hier bleiben. Kannst du dich auch selber heilen, Jack? Nee. Jack, Jack, heil dich. Weg nicht, oder? Doch. Wer ist es denn jetzt? Ja, du. Hört mal kurz. Fuck. Da ist, da ist, er schießt auf uns. Wo ist er denn? Ohhhh. 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 Daniel. Das ist so unglaublich. Ja, du rennst mir auch immer hinterher. Ist doch auch dein eigenes Shot. Wieso? Wieso? Die Bombe. Wieso habt ihr euch nicht erwischt? Keiner zerwischt, ey. Ich glaube, irgendeiner wurde getroffen. So, das war's, ne? Ja, das war dann die letzte Runde von TTT. Wir sinds beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, Leute. Auch schön. Hallo. Tschau. Tschö.